Anne-Marie Pieper ist eine deutsche Philosophin, Leben. Pieper studierte ab 1960 zunächst Fremdsprachen am Dolmetscher-Institut, dann Philosophie, Anglistik und Germanistik an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken, wo sie 1967 im Fach Philosophie bei Hermann Krings über Sören Kierkegaard promovierte. Danach arbeitete sie zunächst in Saarbrücken weiter bei Bela von Brandenstein, verließ aber die Universität wegen der frauenfeindlichen Haltung von Karl Heinz Ilting. Als zweite Frau nach Hedwig Konrad Marzius habilitierte sie sich 1972 für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München mit der Arbeit, die Kategorie der Ethik, eine Analyse des moralischen Urteils. Sie blieb dort bis 1981 Universitätsdozentin und Professorin für Philosophie und wirkte als Editorin in der Schelling-Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften mit. Sie verdiente ein Zubrot auch durch Übersetzungen. B. Eines amerikanischen Katechismus. Berufungen scheiterten nach ihren Angaben lange an ihrem Geschlecht. Von 1981 bis 2001 war sie ordentliche Professorin für Philosophie an der Universität Basel auf dem Lehrstuhl von Karl Jaspers. Für einige Jahre noch als einzige Ordinarier. Dort wirkte sie auch unter Jean Herr Schmidt im Stiftungsrat der Karl-Jaspers-Stiftung, die Schriften aus seinem Nachlass herausgab. Pipa ist in der Schweiz einem größeren Publikum durch Rundfunk- und Fernsehsendungen bekannt. Beim Schweizer Fernsehen moderierte sie die Sendung Sternstunde Philosophie. Die Schwerpunkte von Anne-Marie Pipa liegen vor allem auf dem Gebiet der Ethik der feministischen Philosophie und der Existenzphilosophie. Ihre Einführung in die Ethik gehört zu den Standardwerken des Faches. Pipa ist außerdem Mitherausgeberin der kritischen Gesamthausgabe der Briefe Friedrich Nietzsches sowie des Jahrbuches der Nietzsche-Gesellschaft. Nietzsche-Forschung. 2013 erhielt sie den Preis der Dr. Margret-Egner-Stiftung. Schriften. Philosophische Schriftengeschichte und Ewigkeit bei Sören Kierkegaard. Das Leitproblem der Pseudonymen-Schriften. Hein-Meisenheim 1968. Sprachanalytische Ethik und praktische Freiheit. Das Problem der Ethik als autonomer Wissenschaft. Kohlhammer. Stuttgart 1973 ISBN 3-17-0-0-1-5-4-6-X. Pragmatische und ethische Normenbegründung. Albert Freiburg im Breisgau 1979 ISBN 3-495-47407-2. Albert Camus. Beck München 1984 ISBN 3-406-08-507-5. Ethik und Moral. Eine Einführung in die praktische Philosophie. Beck München 1985 ISBN 3-406-308-77-5. Ein Seil geknüpft zwischen Tier und Übermensch. Philosophische Erläuterungen zu Nietzsches I. Einführung in die Ethik. Franke Tübingen 1991 6. Überarbeitete und aktualisierte Auflage 2007 ISBN 978-3-77-2-0-8-2-3-7-5. Gut und Böse. Beck München 1997 3. Durchgesehene Auflage 2008 ISBN 978-3-406-4-1-8-7-7-8. Aufstand des stillgelegten Geschlechts. Einführung in die feministische Ethik. Herder Freiburg im Breisgau 1993 ISBN 3-451-0-4-2-3-1-2. Mit Urs Thornherr. Was sollen Philosophen lesen? Schmidt Berlin 1994 ISBN 3-503-0-3-07-9-4. Selberdenken. Anstiftung zum Philosophieren. Riecklem Leipzig 1997-5. Auflage 2002 ISBN 3-379-0-1-5-8-5-7. Gibt es eine feministische Ethik? Fink München 1998 ISBN 3-7-7-0-5-3-3-2-0-8-ISBN 3-8-2-5-2-2-0-3-4-6. Sören Kierkegor, Beck, München 2000 ISBN 3-406-4-1-9-5-6-9. Glückssache. Die Kunst gut zu leben. Hoffmann und Kampe, Hamburg 2001 DTV, München 2003 ISBN 3-4-2-3-3-0-8-7-2-9. Romane Die Klugscheißer GmbH, Schwabe, Basel 2006 ISBN 978-3-7-9-6-5-2-2-1-9-2. Satans Austreibung. Johannes Petri, Basel 2010 ISBN 978-3-0-3-7-8-4-0-0-1-6. Als Herausgeberin mit Günther Bien und Karl-Heinz Nusser, Reihe Praktische Philosophie, Alba, Freiburg im Breisgau 1990 zu 2008, Die Macht der Freiheit, Kleine Festschrift zum 80, Geburtstag von Jeanne Hirsch, Ben Sieger, Zürich 1990, Geschichte der neueren Ethik, zwei Bände, Franke UTB, Tübingen 1992, Band 1, Neuzeit. ISBN 3-7720-1688-X, ISBN 3-8-2-5-2-1-7-0-1-9, Band 2, Gegenwart, ISBN 3-7720-16898, ISBN 3-8-2-5-2-1-7-0-2-7, Die Gegenwart des Absurden. Studien zu Albert Camus, Franke, Tübingen 1994, ISBN 3-7720-2-7-2-0, Method Friedhöfe, Friedrich Wilhelm Josef Schelling, Über das Wesen der menschlichen Freiheit, Akademie Berlin 1995, ISBN 3-0-5-0-0-2-6-9-0-1, Aristoteles. Ausgewählt und vorgestellt von Anne-Marie Pieper, Diederichs, München 1995, DTV, München 1997, ISBN 3-4-2-3-3-0-6-8-2-3, Philosophische Disziplinen. Ein Handbuch, Reklem, Leipzig 1998, ISBN 3-3-7-9-0-1-6-4-3-8, mit Urs Thornherr, Angewandte Ethik, Eine Einführung, Beck, München 1998, ISBN 3-4-0-6-4-2-0-6-1-3, mit Monika Weber, John Herrsch, Erlebte Zeit, Menschsein im Hier und Jetzt, NZZ Libro, Zürich 2010, ISBN 978-3-0-3-8-2-3-6-3-4, als Übersetzerin George Edward Moore, Grundprobleme der Ethik, Beck, München 1975, ISBN 3-4-0-6-0-4-9-2-6-5, mit Irmgard Wild, Ein katholischer Katechismus, Kössel, München 1976, ISBN 3-4-6-2-0-0-9-2-X, Belege, A. PIPA, Umwege zur Philosophie in, C.U., M. Hauskeller, Was die Welt im Innersten zusammenhält, 34 Wege zur Philosophie, Hamburg 1996, 119, A.A.O., Normdaten, GND, 115.443.193 LCCN, N84128794 VEAF